Hallöchen, meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Passend zum Muttertag habe ich heute einen Haul von Glamira für euch. Ein mega, mega schöner Online-Shop, zeige ich euch später auch nochmal die Webseite. Und jetzt wollte ich euch aber erstmal die Produkte zeigen, die ich mir ausgesucht habe. Unter anderem auch ein Geschenk für meine Mutter zum Muttertag. Das zeige ich euch dann auch gleich direkt. Und ich bin so, so verliebt und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich verlinke euch natürlich alles in der Infobox und ich habe sogar einen Rabattcode mit Maggie. Könnt ihr auch ordentlich bei Glamira sparen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir. Die Sachen von Glamira kommen in einer mega, mega schönen Verpackung. Also direkt schon eine richtig schöne Geschenkverpackung, Schleife drum. Und schon hat man ein richtig tolles Geschenk für jeden Anlass. Genau, ich packe das Ganze mal aus und als allererstes kommt uns auch schon unser Garantieheft mit der Garantiekarte entgegen. Das heißt, wenn ihr wirklich bei Glamira Produkte bestellt, habt ihr wirklich auch eine Garantie dabei. Und auch eine Garantie, dass die Produkte wirklich hundertprozentig im Top-Zustand bei euch ankommen. Genau, und falls etwas nicht in Ordnung ist, habt ihr halt wie gesagt auch die Garantie direkt dabei. Das liegt schon mal oben drin. So, und dann kommt uns dieser Blick hier entgegen. Nämlich direkt eine schöne Schmuckverpackung. Tada! Mit Licht eingebaut. Sobald ihr die Box öffnet, fängt es an zu leuchten. Mega schön. Ich finde das so toll. Es ist wie gesagt einmal direkt so eine komplette schöne Box dabei. Also alles schon direkt schön eingepackt. Und die Kette da drin ist mein absoluter Favorit. Die habe ich tatsächlich für mich bestellt. Nämlich so kleine Füßchen. So Babyfüßchen für meine zwei Mäuse. Zwei Füße für meine zwei kleinen Babys. Die Produkte von Glamira sind übrigens in einer sehr, sehr hochwertigen Qualität. Und mit echt Gold und echtem Silber. Und sogar teilweise mit Smarovski-Steinen. Das zeige ich euch auch gleich ein. Ich habe eine Kette für meine Mutter bestellt mit Smarovski-Steinen drin. Und ihr könnt die Produkte sogar personalisieren lassen bei Glamira. Das heißt, wenn ihr eine Personalisierung auf einer Kette oder einen Ring haben möchtet, dann könnt ihr das auch ganz einfach bei Glamira angeben. Und dann wird der Artikel eben auch personalisiert. Genau. Ihr könnt auf Glamira auf der Webseite mit ganz, ganz vielen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten bezahlen. Wirklich absolut sicher. Und der Versand erfolgt natürlich auch immer versichert. So. Dann zeige ich euch mal die anderen Produkte. Und auch wieder hier eine richtig schöne Verpackung. Wirklich total hochwertig. Und fasst sich auch total toll an. Und hier ist jetzt die Kette für meine Mutter tatsächlich drin. Und die ist extra so eingepackt hier. Das heißt, sie kommt wirklich total sicher zu euch. Dass wirklich auf dem Postweg auch nichts passieren kann. Die ist hier so eingepackt in so eine kleine Schachtel und ist so eingeklemmt zwischen zwei Folien. Das heißt, da kann wirklich nichts passieren. Da verrutscht nichts während dem Transport, sondern wirklich erst, wenn ihr sie hier auspackt. Auch hier haben wir wieder das Garantieheft mit drin natürlich. Wie gesagt, bei jedem Produkt ist eine Garantie dabei. Und auch hier wieder die Schachtel. Ich zeige euch die mal ohne Inhalt. Also auch jedes Produkt hat hier die schöne Schachtel mit dem Licht dabei. So. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Kette, die ich für meine Mutter ausgesucht habe. Ich finde die so, so traumhaft schön. Einen Flügel. Seht ihr das? Und dazu eben diesen wunderschönen Smarowski-Anhänger. Richtig, richtig toll. Ich verlinke euch übrigens jedes Produkt einzeln unten in der Infobox, was ich euch zeige. Dann könnt ihr das direkt nachkaufen oder halt eben mal schauen. Nochmal auf der Webseite, wie euch das gefällt. Machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Produkt. Ich kann es kaum erwarten, euch das zu zeigen. Auch hier wieder die schöne Verpackung. Garantieheft. Und auch wieder hier richtig schön eingepackt in diesen Gestell hier zwischen den zwei Folien. Und hier habe ich mich für so eine kleine Fee entschieden. Und ich habe die Kette gesehen und es hat mich direkt mit LIA verbunden. Und deswegen habe ich die Kette für LIA bestellt. Und ich finde die so unglaublich schön. Schaut mal. Meine kleine Fee. Auch hier haben wir wieder richtig schöne Smarowski-Steine eingearbeitet. Ganz, ganz fein und säuberlich. Und natürlich echtes Gold. So, und kommen wir zum letzten Produkt, was ich euch zeigen wollte noch. Schaue ich euch auch mal schön aus. Und zwar für Juni. Natürlich brauche die kleine Juni auch noch ein Kettchen. Und zwar habe ich mich hier auch einmal für Rosé-Gold entschieden. Richtig schön auch so ein kleiner Engel hier, der so ein kleines Herz vor sich hält. Auch richtig süß seht ihr das? Es ist so unglaublich schön. Auch hier haben wir wieder einen ganz, ganz feinen Smarowski-Stein oben drin. Also wirklich alles total schön gestaltet. Ihr könnt bei Glamira auch ein eigenes Schmuckstück kreieren. Das heißt, ihr könnt dort wirklich alles komplett selber wählen. Das heißt, Gold, also die Farbe, das Material könnt ihr wählen. Ihr könnt den Anhänger wählen. Ihr könnt die Kette wählen. Ihr könnt eine verschiedene Zusammensetzung machen. Gold und Silber kombinieren. Also es gibt ja wirklich total viele Möglichkeiten bei Glamira. Ja, und jetzt hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Dieser kleine Schmuck-Haul ist mal wieder was anderes bei mir hier auf dem Kanal. Aber ich finde die Sachen so toll, dass ich sie euch unbedingt zeigen wollte. Weil es wirklich was total Besonderes ist. Erst recht jetzt zum Muttertag. Also wirklich was ganz, ganz Besonderes und was ganz, ganz Feines, finde ich. Und ich finde es immer wieder ganz, ganz besonders. Solche kleinen Schmuckstücke. Genau. Ich verlinke euch, wie gesagt, unten alles in der Infobox. Mein Code Maggie ist natürlich aktiv. Aber alle weiteren Infos dazu findet ihr, wie gesagt, auch unten in der Infobox. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Video. Tschüssi!